Hallo zusammen, mein Name ist Metin Kajar. Ich biete dir online oder in meinem Studio Kampfsport oder Kampfkunsttraining an. Individuell auf dich angepasst. Wenn du in meiner Schule auf die Wand siehst, dann wirst du sehen, dass du verschiedene Längen von den 13 Waffen siehst. Lange, mittlere sowie kurze. Es gibt so viele verschiedene Bedürfnisse. Die einen Personen wollten immer schon den Umgang mit dem Schwert erlernen. Der andere hatte in seiner Kindheit Kampfsport praktiziert und möchte wieder einsteigen. Der dritte fühlt sich eingeengt mit der Kampfkunst, die er betreibt und möchte sein Repertoire erweitern. Dann gibt es noch andere, welche etwas suchen, damit sie vom Alltag abschalten können. Dann gibt es Menschen, welche nicht mit den Waffen trainieren möchten, sondern mit dem eigenen Körper. Für alle die und noch viele andere habe ich das ideale System entwickelt. Ich arbeite mit verschiedensten Altersgruppen zusammen. Von Kleinkinder über Jugendliche bis Erwachsene. Ich gebe Einzeltrainings, Gruppentrainings sowie Seminare. Was mir Freude bereitet, ist, wenn ich die Leute individuell nach ihren Wünschen trainieren kann. Auf was ich in meinem Training achte, ist, dass wenn die Person das Training verlässt, immer mit einem Lachen geht und die Freude mit nach außen trägt. Ich bin mehrfacher Weltmeister in den verschiedenen Disziplinen des Kampfsports. Ich bin Gründer meines eigenen Systems, welches ich Budokan nenne und Vertreter einer japanischen Organisation. Ich bin ein leidenschaftlicher Filmemacher. Unter meinem Namen Metin Kajar wirst du einige von meinen Filmen auf YouTube finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich über WhatsApp bei mir melden könntest. Dann könnten wir herausfinden, was für dich das beste Trainingskonzept ist. Natürlich ist dieses Gespräch kostenlos. Du findest meine Kontaktdaten unter meiner Homepage www.metin-kajar.com Ich freue mich, von dir zu hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017